Hallo und willkommen zu dieser kurzen Auflösung meiner letzten Verlosung. Ihr könnt euch ja vielleicht noch daran erinnern, ich hatte hier dieses Paket 3M Dual Lock Klebeband sowie einige meiner Sticker und einen meiner Gliedermaßstäbe in einem Video ausgelobt und heute kommen wir zur Auflösung. Wir haben einen Tag nach dem Einsendeschluss und zum Auslosen verwende ich hier einfach wieder den Random Kommentar Picker. Das ist die einfachste Variante. Bevor ich jetzt auslose, noch einige wichtige Punkte. Wer jetzt hier mitmachen wollte, sollte natürlich, wenn möglich, den Bedingungen im Video zugestimmt haben. Also das setze ich einfach mal voraus, wenn ihr die richtige Antwort hier eingegeben habt. Und zwar habe ich gefragt, wie schwer war die Stahlkugel? Hier lasse ich als Antwort gelten, entweder 25 Kilo oder 50 Pfund. Wer die richtige Antwort gewusst hat, hat jetzt hier die Chance, das gerade eben Gezeigte abzugreifen. Ich werde jetzt einfach hier mit diesem Random System einen Gewinner ermitteln und diesen Gewinner hier im Bildschirm einblenden. Ich werde den Namen nicht nennen. Du hast natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, der Nennung zu widersprechen. Dann pixel ich hier einfach deinen Namen heraus. Deswegen werde ich ihn nicht gesprochen nennen, sondern nur einblenden und unten in der Videobeschreibung auch nochmal aufschreiben, nennen, vermerken. Ich werde dich auch unter deinem Kommentar anschreiben und dann hast du exakt 14 Tage Zeit, mit mir in Kontakt zu treten. Natürlich am besten über meine E-Mail-Adresse. Diese findest du auf meiner Homepage. Einfach draufklicken und mir schreiben. Dann werde ich einen kleinen Prozess durchlaufen lassen, um dich zu verifizieren. Denn hier gibt es immer ein paar Spaßvögel, die wir suchen, die Gewinner abzugreifen. Gut, genug erklärt. Kommen wir einfach mal zur Auslosung. So, hier hätten wir die Kommentare und wir nehmen auch gleich unseren Random-Kommentarpicker. Wir fügen hier unsere Video-URL ein, haben die Kommentare importiert und ermitteln den Gewinner. So, hier hätten wir den Gewinner. Die Antwort war natürlich auch richtig. Die Stahlkugel wiegt 25 Kilo. So, du bekommst natürlich das gerade eben hier gezeigte Set. Und hier ist natürlich wichtig, ich schreibe dich jetzt zwar auch nochmal über deinen Kommentar an, aber bitte nimm mit mir so schnell wie möglich über meine E-Mail. Und zwar findest du die hier auf meiner Homepage Kontakt mit mir auf, so dass ich schnellstmöglich den Versand in die Wege leiten kann. Bitte lasse dir dafür nicht länger als 14 Tage Zeit, so dass wir die ganze Geschichte so schnell wie möglich abwickeln können. So, das soll es dann auch im Großen und Ganzen gewesen sein. Noch eine kleine Ankündigung. Ostern steht kurz vor der Tür und zu Ostern habe ich dann auch wieder eine kleine Verlosung. Hier werde ich mir wieder ein bisschen was organisieren und werde dann eventuell auch mal einige Preise mehr ausschütten als nur einen. So haben noch einige mehr meiner Zuschauer die Möglichkeit, hier was abzugreifen. So, das war es dann auch im Großen und Ganzen von meiner Seite heute. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. CC